Hallo, ich möchte euch unseren Edelstahl Wodka vorstellen. Klar in der Farbe und haben wir in dem Glas, finden wir getreidige und leicht pfeffrige Aromen. Frische Zitrusnote, rund und ganz leicht süßlich. Haben wir ihn auf die Zunge genommen, ist er wiederum leicht süßlich. Er ist getreidig und citrusartig, dezent würzig mit Aromen von Vogelbeere und Langpfeffer. Er wirkt frisch und fast knusprig. Im Nachgang ist er vorwiegend frisch mit getreidiger Komplexibilität. Süße und Würzaromen klingen langsam aus. Er hat 40% und es gibt ihn in der 0,7 Liter, 0,35 und der 0,05 Pro Bierflasche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017